So Leute, herzlich willkommen zu Can You Beat? Solution Nummer 14. Sag mal kurz, Hallöchen. Hallo. Gut, das Ganze wird gesponsert von Elgato. Link zu Elgato ist wie immer in der Beschreibung, könnt ihr sehr gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Gut, neun, acht, sieben, sechs, fünf. Ja, und nachdem wir eben eine gefühlte Stunde mit einer Lobby-Suche verbracht haben, geht's jetzt auch mal los. Yay. Gut, ähm, ja, ich hab jetzt auch noch, ich hab jetzt Loadstar, Hellstorm und Blitzschlag mitgenommen. Es ist gerade oder nicht dein Ernst, oder? Ich hab nur zwei Streaks, ich hab, ach nein. Blitzschlag und Schwarm, toll. Ja gut, dann hau ich auch, dann, da hau ich mein Lotstar nicht raus, wenn ich ihn bekommen sollte. Außer du hast einen Swarm. Ja, dann. Aber die Gegner? Also ich weiß nicht, ey. Die lecken rum? Ich hab dieses Matchmaking-System gar nicht so krasse Erinnerungen, aber wir finden echt nur Leute, die entweder gut sind, ja, obwohl da gibt's gar keine Diskussion eigentlich, die sind eigentlich alle nicht schlecht. Zutraue ist sowas. Ich brauch doch mal einen Noobs, sonst kann ich nicht, du könntest mir jetzt mal reißen. Der guckt, der leckt so übelst drum, der Typ. Ne, der eine, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Kriegen wir sowieso nicht. Was ich an sich dann? Entweder hat er jetzt geleckt, oder er war einfach nur, oh. Ne, ich hab ein Blitzschlägchen. Was? Haben alle Ghost? Hat der echt jeder Ghost? Ich hab, glaub ich, einen Typen gesehen auf dem Blitzschlag. Und einen getroffen. Der hat Ghost. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Obwohl, man wird doch angezeigt, oder nicht, wenn man, obwohl man Ghost hat, oder nicht, auf dem Blitzschlag? Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaub schon, aber ich bin mir nicht sicher. Na, hältst du. Auf mich, geht ihr auf mich. Er wollte auf mich gehen. Ja, er töte mich. Ne, doch nicht. Dr. Fairness. Von wem hat er den Namen wohl? Ja, das, ähm... Ist doch echt. Das ist ne Preisfrage. Echt nett von dem Lieben. Na, ich sag's mal, ey, mir ist so grottig. Wo lauf ich jetzt hinten? Die können aber sowieso von hier. Oder? Locker jetzt. Ach, da lag noch einer. Ich kann hier nirgendswo lang laufen. Aber tatsächlich nicht. Okay, den haben wir. Der kommt jetzt, glaub ich, lang jetzt. Hab ich doch gesagt. Na, das ist ne Schlaue, weil's läuft. Ja, das ging so, ja klar. Okay, jetzt muss ich mal schauen, wo ich langlaufe. Die Dropshot-Nalle. Oh, wo war der Spaß? Hä, wo war der? Mal gucken. Bitch-Lock. Hier ist ja echt, ungelogen, zwei Punkte. Und ich hab einen Kill und einen Hitmacher. Kommst du zäh? Ja, ich hab mich halt überlegt. Ich hab erstmal geschaut, ob ihr hier drum kämmt. Ich hab jetzt auch mal einen Blitzschlag. Oh, er hältst du unsicher wesentlich mehr Leute. Und ich, ich seh drei Leute und hole nicht einen. Oh, geht er aufs an? Super, super, Blitzschlag. Hast du auch noch einen gesehen oder so? Oder zwei? Gar keinen gesehen. Und auch gar keinen getroffen. Das macht keinen Spaß, man weiß ich auch nicht. Oh, ja. Ich glaub, ich pack mir gleich drei Streaks ein. Ja, was? Das ist ja geil, ey. Ich glaub, ich pack mir nochmal drei Streaks ein. Ich mein, der Blitzschlag baut natürlich auf. Auf den Schwarm, ne? Ja, klar. Hab ich fast ja, mein Schwarm. Fehlen nur noch ein paar Kills. Ich find ein Schwarm ist eigentlich eh so schwer zu bekommen. Also, das heißt schwer, so halt dauert es nicht. Ich wollte mich gerade rausmachen, weil ich davor in der Runde mit ihm gezockt hab. Haben wir jetzt Worm? Das war in der Runde. Habe ich grad Glück. Doktor. Oh, ich hab ein Low-Star. Dein Ernst? Mhm. Ja, ich überleg es, glaube ich, ne, rausfahren soll. Also, ich lieg hinten. Und damit kann ich bestimmt was reißen. Dann hau ich ihn jetzt raus. Ich bin echt im Überlegen gerade. Das quillt mich echt schon hart, aber... Ich kann das alleinstelle nicht wegen Elgato eigentlich machen. Also, als Fairness könnte ich das eigentlich locker machen, aber... Ja, was bietest du mir? Ein Euro. Okay, gut, da bin ich dabei. Ey, also ich schau mal, wie das läuft. Hast du noch irgendeinen Streak? Ja, gleich Blitzschlag. Dann hab ich sofort meinen Schwarm. Ja, da muss ich ja Lots da raushauen. Wenn du den Blitzschlag hast, bist du so kurz vom Swarm. Mhm. Also... Noch 1.000 Punkte oder 1.100, dann hab ich den Blitzschlag... Ach, dann hab ich den Schwarm schon. Ja, wenn das mal nicht schnell ist, weiß ich auch nicht. Das hab ich ungefähr auch schon. Dass du da aber nur zwei Streaks mitnimmst, damit du hier so einen Vorteil hast. Oh, ja. Oh, Blitzschlag. Ja, komm, ich muss den Blitzschlag nicht raushauen. Ja. Ich hab Angst, dass der gegeiert wird, die Scheiße, hab ich echt Angst vor. Hoffentlich. Nein, Spaß. Aber wär lustig. Ja, das wär natürlich echt unglaublich lustig. Also, es kommt aus, als ob die so viel schlucken, die Gegner. Ja. Glaub auch. Oh, da gäbe ich schon einer, glaub ich. Ah, es war so klar. Boss im Klantek, Videohafen, den kenne ich nur von gestern. Den kenne ich auch von heute Mittag. Also, das ist echt... Ich hab eine Runde gespielt, war mit dem in der Lobby bin sofort auf Lange gegangen. Ja, das ist echt ein ätzender Typ der Videohafen. War zu einem Blackbird. Orbital? Orbital hab ich natürlich, äh... Da hast du es natürlich noch einen Killvorteil. Ja. Ziemlich unfair und so. Alter, ich scheiße aber auch rein. Das ist ja unfassbar heftig. Wupp. Und dran. Na gut. Dein Lotster? Nee. Ich fühle sie auch so, jetzt auch ohne die Scheiße. Ich hab auch noch ein Heldstum wieder mal Witzschlag. Ja, da zeichnet sich mal wieder meine Fairness aus. Da oben ist erinnern, dass du hier in der Ecke nennen. Ja, ich hab dir auch echt gut, das ist gut weggenutzt. Oh, Alter, Videohafen sitzt da in der Ecke, Mann. Digga, dein Ernst, Junge. Wahrscheinlich die zweite Runde? Scheiße. Ich komme mal, jetzt hier ist er los, aber jetzt kann ich kurz mein Blitzschlag raushauen. Ja, jetzt sehe ich ein paar mehr Leute hier auf dem Freien. Geil. Oh, ich mach mir gleich drei Streaks rein. Ja, ich glaub schon. Ach, die haben Schwamm. Schön. Wir haben Schwamm. Oh, verdammt. Erkommt mal noch die Kills, das scheiße Teil. Oh, ja. Wie die am Campen sind. Ja. Ich hau Lutz auf jeden Fall raus. Ich hab keine Bock, das Ding zu verkacken. Ja, ja. Alter, ich bin so dumm. Was sind die Gegner denn? Ich sehe aber keinen Lutz, sagen wir. Also nicht wirklich. Ah, jetzt. Okay. Boah, aufhau ich den Lutz da gerade, ne? Boah, aufhau ich den Lutz da. Da würde ich aber nicht rumlaufen, wenn Kills machen. Triple Cap. Boah. Das hat sich ja mal null gelohnt, der Lutz da. Der wäre ich ja auch ohne Lutz da besser dran gewesen, glaube ich. So, wie viele Kills? Ach, Kills. Ja, jetzt hat nur Kills geklaut. Oh, das Ding schaffst du nicht mehr, glaube ich. Acht Kills. Ne. Na, jetzt hab ich nicht mehr. Ja, super. Scheiße. Jawohl. Ah. Da gehe ich, also ich überlege jetzt. Ey, für Rüsten, mach mal Hässe dann. Klar, für dich. Für dich, mein Freund. Jetzt kein Hässe. Dann. Alter, das ist locker wieder, can you beat me, das ist locker, can you beat me, ey. Boah, könnte der nicht einfach rausgehen aus der Lobby und aufhör mich abzufacken. Ne, echt, ich verstehe es nicht. Also, die spielen hier wahrscheinlich jetzt, die spielen ja nicht irgendwie extra scheiße oder so. Das hilft mir ja trotzdem, wenn ich gegen Abonnenten spiele. Ich mag das nicht. Gut, also du musst jetzt ausgleichen. Also, mit einem Sieg, sonst war's das. So, jetzt zeige ich mir die dritte Street. Ich suche mal eine neue Lobby, ja. Jo. Was ich jetzt bestimmt wieder... Oh, nein, es geht echt. Nee, komm, nur mit dem Elton. Suche mir wieder so ewig lange. Ich bin mal ganz kurz für eine Sekunde weg. Bis gleich. Gleich. Mach mir ja einen Auf- und Leinunterhalter. Ja, hallo. Schön, euch zu sehen. Wie geht's euch? Nen mit euch zu reden? Okay. Ey, nein, ich habe einen Blackscreen. Oh, nein, ich habe einen Blackscreen. Abschluss bestätig auf Raid. Ich habe... Ich habe einen Blackscreen. Warte mal, Jungs, ich beende ganz kurz die Aufnahme. Sehen wir uns gleich wieder. So, Jungs, da sind wir auch wieder. Wir haben wieder sofort eine Lobby gefunden. Das ging echt richtig schnell. Naja, gut. Jetzt haben wir auch Raid. Damit müsst ihr euch jetzt abfinden, dass jetzt Raid kommt. Wartet. 8, 7, 6, 5, 4. Okay. Gut. Ne, das war echt schlimm wieder eben. Entweder nur Leute, die mich halt gekannt haben. Die halt immer Solution gebrüllt haben. Oder halt Leute, die halt irgendwie eine 5er-Quote hatten oder so. Was auch ziemlich ätzend ist. Na, kriege ich den Spacken da. Oh, da kommt er. Oh, nicht töten. Bitte nicht schlagen. Du musst jetzt richtig reinhauen. Ja, du musst ausgleichen jetzt. Wupp. 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 Da, die Ziffer, hier. Für sie. Na, schaffe ich locker nicht mehr. Doch, der Boss. Ich schaffe es natürlich nicht. Wäre ja auch mal schön gewesen, ne? Was hast du jetzt dabei für Streaks? Tarn Heli. Escort ohne Loadstar ist mir jetzt egal. Ich möchte, wenn ich die erreiche. Dann habe ich verkackt. Oh, ja. Nur, brauchst du keine Gedanken machen, ich erreiche die schon nicht. Das geht natürlich so. Sehr gut. Wirst du die 525 Punkte bekommen? Tja. Flagge eingenommen, wie ein Binader. So ein bisschen Angst jetzt. Boah. Was war das denn bitte? Ne, ich habe die Hellstorm völlig verschissen. Was hast du jetzt so dabei? Ähm, Hellstorm, Blitzschlag und Tarn Heli. Also ich freue mich auch. Okay. Und ich sterbe kurz zum Blitzschlag. Irgendwie 25 Punkte oder so, wenn überhaupt. Ich leck' grad übelst drum. Also die Verbindung kommt mir auch nicht gerade gut vor. Ist das dein Ernst? Wenn ich Blitzschlag höre, bin ich tot. Jo, ich auch. Ach, du lebst aber noch. Das lebt. Der Blitzschlag hat mich endlich mal verschont. Grad war das so. Habe ich mit Kollegen gezockt. Vier Blitzschläge viermal auf mich. Ich bin nicht. Hmhm. Jubbel. Nein, kein Jubbel. Warte. Sauber. Auf dem freien. Oh, danke. Jetzt. Arschrecken. Drohne. Toll von hinten. Boah, bist du ein Opferjunge, bist du schlecht. Whoop. Ich werd' nur von hinten getötet. Oh. Ist dein Ernst? Und der Nächste. Kann doch nicht. Was ist dein Ernst? Ey, was? Hammer. Ich möchte auch so viel Glück haben. Das ist Skill. Merk schon. Ich bin der A-Junkie. Okay. Das war schon recht gut, muss ich ja sagen. Nächster Helster am Stüttel. Eine, eine hole ich auf jeden Fall. Oh. Das ist mal drei. Jo, das läuft ja jetzt mal echt gescheit. Ja. Grad sehr gescheit, muss ich ja sagen. Da kann man sich auch ruhig mal freuen, hier an meiner Stelle. Ich bin super. Der ist dann aber so. Nee. Doch. Sunny Boy, ey, komm schon. Wo ist der Sch? Ah, wer kämpft da oben drin? Nächstes ist Kurt Grönchen auf dem Freien. Jetzt kommen sie von da. Das war Klammertod. Nee. Ich weiß nicht, woher die kommen. Komm her. Meine Verbindung. Das läuft doch echt super. Oh ja. Ein 9 zu 11 ist, was like. Oh, wie peinlich. Ja, mir werden ja alle Kills geklaut. So, Blitzschlag. Nee, nicht der Hellstorm. Okay. 48, zwei. Können sich zwissender? Dankeschön. Ist gegessen. 49 200 plus hier auf dem freien habe ich gehört auf dem freien hier wohl ein 10 plus schaffe ich noch so 32 noch hältst du und bildschlag komm schon los da ich weiß nicht ob dir jetzt noch viel hilft der lotter glaube ich auch nicht ich glaube ich komme ich doch noch weg ja ich komme sogar noch weg kann das sein so blitzschlag über den freien hier zack gut nächstes escort röntgen jetzt um auf wieder raus und schüppel juli sticks ballern die die rasieren ja auch nicht alter wo war der jetzt schon wieder auf dem boden oder sowas genau das hat er getan wo es wollen die denn mal komm her verdammt ist echt um jetzt hier auch hier drin war einer auch nee so viel glück habe ich immer in jedem spiel hältst du das ist echt ein bisschen peinlich gerade noch geht schon 71 2 1119 nein was habe ich für ein pech man ich war es woher seht ihr auch mal hier ein halbwegs gescheites gameplay jungs hier auf dem freien wurde auch mal zeit bitte bitte nach den ersten 14 episoden warum muss ausgerechnet meine sein freundlich gut gutes ding ja komm schon kann doch nicht dein ernst sein so blitzschlag das könnte so echt 100 plus hier werden gerade zu belasten sowas nee mit kein 100 plus mehr na gefällt unterhältst du mal rein da auf den freien zack was ist schön 83 zu 4 ja wohl gutes ding ok jungs das war es 83 viermal echt eine gescheite runde auf dem freien super das war irgendwie so die 14 schau bei elgato vorbei vergesst es bewertet nicht wenn ihr bock habt und das war es haut da rein tschüssi jo tschau ja dann ja das war es Vielen Dank. 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 Vielen Dank.